Eine gewisse Technikbegeisterung sollte man mitbringen, da einen jeden Tag neue Dinge erwarten und jede Anlage unterschiedlich ist. Ich bin Anton und ich arbeite als Sachverständiger in der Fördertechnik bei TÜV Süd. Nach meinem Masterstudium habe ich eine einjährige theoretische und praktische Ausbildung bei TÜV Süd abgeschlossen und darf nun eigenständig Aufzüge und fördertechnische Anlagen prüfen. Als Sachverständiger in der Fördertechnik muss man verantwortungsbewusst arbeiten, da man selbst für seine Berichte zuständig und verantwortlich ist und eine gewisse Technikbegeisterung sollte man mitbringen, da einen jeden Tag neue Dinge erwarten und jede Anlage unterschiedlich ist. Mit TÜV Süd hat man einen flexiblen Arbeitgeber für alle Lebenslagen und auch Weiterbildungsmaßnahmen oder der Wechsel in den Innendienst stehen einem offen. Wenn du also Lust auf einen abwechslungsreichen Außendienstjob mit viel technischem Bezug hast, dann bewirb dich jetzt als Sachverständiger in der Fördertechnik bei TÜV Süd. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017